Das Scheitern bei der letzten Bundestagswahl lag auch sehr, sehr stark, glaube ich, weil wir jetzt von Demut reden, an mangelnder Demut. Man war plötzlich, Entschuldigung, ein bisschen großkotzig unterwegs. Und das war leider Gottes gekoppelt mit mangelnder Solidität. Die FDP muss vor allem solide sein. Das ist etwas, was mich immer so sehr bewegt hat. Und ich merke das aus meinem Heimatland Baden-Württemberg, da merke ich ja, wer ankommt. Was für Politiker wollen die? Die wollen solide Leute. Die können durchaus ihre eigene Meinung haben. Die können eckig sein. Die müssen nicht perfekt sein in allem, aber sie müssen solide sein. Man muss also wissen, dass man sie auf sie verlassen kann. Sie müssen fern sein von Großkotzigkeit. Wir haben auch manchmal so ein bisschen in die Richtung geneigt. Das war mit dem Grund. Die geben groß an und da setzen sie nichts um. Und so ein liberaler Bild, also mit dem schwarzen Köfferchen und groß in der Welt unterwegs und so weiter. Und nicht so viel dahinter. Das ist jetzt sehr brutal, was ich sage, aber das war mit dem Grund. Und der Lindner hat das erkannt und diejenigen, die jetzt dran sind, haben das, glaube ich, erkannt. Das Zurückgewinnen der Solidität. Man muss sich auf sie vertrauen können. Das ist das Erste. Dann müssen sie stärker als bisher, glaube ich, ihre Themen tatsächlich durchbringen. Wir dringen ja leider Gottes, auch jetzt, das hat zu tun, dass wir nicht mehr im Bundestag sind, dringen wir mit unseren Themen nicht so durch. Es ist natürlich auch so, dass wir nicht gerade eine große Zahl von Turnern in der Zirkuskuppel haben. Aber wir haben solide Leute jetzt. Können zum Beispiel einen Mann wie der Wissing, der ist ruhig, sachlich, fachbezogen. Deswegen, wenn wir so auftreten und ich erwarte das von dem Pinkwart, ich erwarte das von dem Stamp, den Stamp kenne ich ja hier aus Bonn, der wird das machen, der wird das bringen. Und der Lindner hat das erkannt, der hat das sogar sehr gut erkannt. Also, den rate ich in der Tat. Ich meine, demütig heißt ja nicht, dass man als Unterwürfiger irgendwo auftritt, sondern demütig heißt, dass man die eigenen Chancen richtig einschätzend sich so verhält und solche Themen vertritt, dass die Leute das Gefühl haben, ja, die wollen wir wählen, die brauchen wir, die wollen wir haben.